hallo willkommen bei lego city an der kammer so ist die passende stege bliebe erst mal an der hilfe ran gehen ich brauche vielleicht ich betone vielleicht deine hilfe ich konnte meinen dad in keinem anderen büro von chan finden und ich habe auf seinem schrottplatz nachgesehen und jetzt stecke ich hier fest wie bitte ich war verzweifelt es ist doch mein dad chase und was wenn ich schon erwischt niemals ich bin sehr gut versteckt wessen füße sehe ich dahinter meinen vorhängen natalia natalia du musst mir helfen und der chief darf davon nichts erfahren schieß los natalia steckt auf dem schrottplatz fest und ich brauche verstärkung um sie da rauszuholen natalia kowalski was geht da vor sich lange geschichte kannst du mir helfen klar ich kenne ein paar officers die gerne hinter dem rücken des schiefs operieren sie werden sich mit dir beim schrottplatz treffen die bringen dir eine verkleidung mit chan sollte ich ja schließlich nicht erkennen danke damit hast du stein bei mir brett okay dann helfen mir die mal die da eben die er blöd bei ich zahnbar die gang versteckt hat so machen natürlich mal wenn man nicht ag gefahren würde sehr gut so auf so der kopfplatz ich bin jetzt fast schon da sehr gut so fahren wir den weg jetzt weiter lang und diese mich keller schnacken jetzt mal sind die blöde kerle so bei gefahren ja mit den beiden fahrern wie immer eigentlich ja mit dem sind da also die ganze nähe da müssen wir hin so und da sie mir so mal gucken was da uns jetzt mal an uns erwarten wird wo bleibt denn die verstärkung die sollten doch schon längst da sein hey chase ok statski und klatsch zur stelle wo ist die lady in not klatsch statski danke jungs natalia ist auf chance schrottplatz der chief hat heute ein paar seiner jungs eingebuchtet aber das sind immer noch mehr als genug habt ihr eine verkleidung für mich aber hallo das ist perfekt statski meint ihr die gehört unserem kumpel hg körperliche distanz ist nicht so sein ding ok lasst uns das mädchen retten los geht's ich muss diese dinge ausziehen ok da gehen wir natürlich so mal rein neue kleine ladevorgang wenn der vorbei ist dann lege ich ihn so richtig los ja 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 Hey, die zwei kenne ich, das sind Cops. Du, B und Wand in was? Das vorsichtige Vorgehen hat sich somit wohl erledigt. Okay. So, machen wir mal ein Blatt. Bereit für was? Wir müssen Natalia so schnell wie wir uns das ausholen. So hier, nach Fahndammt. Post dich auf. So, komm. Nein, ich denke da mehr an die Kopfschmerzen, die ich von Eiscreme kriege. Ich würde alles ausklappern, wenn mir jemand mit Schokominz zu Eis kommt. So, komm. Komm schon, die machen wir ja so ein Blatt. Ach, komm. Ich muss das Tor aufbekommen. So, du kommst mal mit. So, wie kommt ihr so Werfel? Okay, ich habe ein neues Foto. Ach komm. Sehr gut. So, können wir ihn besiegen. Okay. So ein Blatt. Ich wollte gerade ein Foto machen, aber... Nein, gar. So, so geht das. So, sehr gut. Festgenommen. Okay. Will auch füllen. Noch ein paar Kanister mit Sprit und ich kann den Generator starten. Okay. Ein paar Kanistersuche hier. Noch mal eine gefunden. Sehr gut. So, dann brauchen wir noch ein Kanister. Der ist hier. Nicht. So, wo haben wir die denn? Düm, düm. So, komm. Ein Kanister mit Sprit in die Sprachmaschine. Kein Wunder, dass die auf dem Schrottplatz liegt. Ja, frage ich mich auch warum. So, auffülle. Komm. Ja. Okay, das wäre gepackt, aber wir gucken erst mal dahinter mal lang. Vielleicht gibt da ja noch was. So. Nur ein paar blaue Steine. Okay, hier gibt es schon mal nichts. Okay, gut, dass ich ihn kaputt gemacht habe. So. Das hier. Sehr gut. So, mit uns. Er wird immer schlechter wechseln. Der Typ ist ganz gut. Okay. Hey, Superstein. Sehr gut. Ich glaube, er sind tausend ab. Wir holen ihn jetzt mal. Geht doch, ich hab'n Lauf. So, komm. So, wir gehen jetzt hin. Okay. Das hier muss er irgendwo hin. Okay. Alter kaputt machen. Brauche ich ihn nicht. Ups. Wollte ich es gar nicht bauen. Ich brauche noch eine Menge Steine, bevor ich den Superbau benutzen kann. Und auf jeden Fall. Die Steine haben in der Ausliefer gespendet. Wollte ich eigentlich später bauen, falls das überhaupt benötigt war. Ja. So. Sehr gut. Komm mal da rein. Mann, dieses Modell war ein Klassiker. Das nenne ich mal einen kompakten Wagen. Oh. Damit komme ich vielleicht auf diesen Schrotthaufen. Okay. Hätte ich mir sogar eh bauen müssen. So. Das hier nur. Sehr gut. Das haben wir alle. So. Komm. So. Farbkönister. Die Farb weg zum nächsten Mal. Mit einem Presser. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob das der verschmuste Typ Hund ist. Ja. Denk ich es auch. Mal gucken. Also kommt das hier mal weg. Weg. Okay. Weg damit. für manche leute geht es wohl nicht groß genug wo kommst du? dahin hier ist der Hund endlich weg, sehr gut da kommt er endlich mal einpresse da kommt er endlich nochmal zehntausender, sehr gut so, so kommt er da so komm, weg mit dir komm so, schnell ok, schnell hoch und dann ist er wieder runtergefallen ok, schnell hoch nein und dann ist er wieder so da gehen wir mal rüber ok, was ist das? können wir dann so viel wegbekommen die Farbkanone ok, dann kommen wir nur die Farbe aufs Ende also nichts gebracht wow, das war knapp immer dran denken Schrottplätze sind gefährlich da wird nicht gespielt alles klar? viel Spaß da rüber zu kommen hahaha jo, das werde ich sauber ok, jetzt komm, schneller komm, schneller komm, verdammt nein komm, schneller los, steh, bleib und weiter geht's sehr schön ok müssen wir komplett tot weil, weil falsche weg so ach komm rüber mit euch so und da sind wir schnell hoch da kommst du nicht immer weg ok, wir müssen da zu spiel und dann müssen wir hier rüber komm, da müssen wir hoch ok, dann müssen wir wieder runter und ich feuer ach komm schneller noch auffälliger geht's wohl nicht ja, denke ich auch hm, wohin als nächstes aber da, wenn du kurz mal rüber geh hier komm so, komm wieder rüber nein, zahle weil der untere da noch was eingesperrt können wir aber erst später hole weil er war so früh der langen Gange sag mal ist Natalia kitzelig? wette ist sie kitzelig? ein Dieb hat mich mal so sehr gekitzelt dass ich ihm den Code für meine Bankkarte verraten hab du hast gesagt er hätte dir gedroht ja mit noch mehr Kitzeln du bist also total kitzelig wie? vergiss es klatsch außerdem kennst du den Code für meine Bankkarte eh schon du benutzt immer noch dein Geburtsdatum? nein man das von meiner so sehr gut die Dinge haben wir alle gebaut mit Männerform ah komm so schnell komm, geh hol dich jetzt so komm sehr schön okay bin wir kaputt so weg kommt das vielleicht kann ich die Wagen als Plattform benutzen so können wir machen jetzt okay hier gibt nichts zu machen so okay wir müssen irgendwie da hoch das versuchen wir erst mal hey ja die Wagen die können wir auf Plattform nutzen und ach komm mach mal mehr kaputt so das aber so und da gehen wir jetzt mal rein ach komm raus da so bringen wir das erstmal hin nicht schlecht normalerweise kriege ich nicht mal Ölwechsel gepacken verdammt die kommen so wieder so sehr gut so das ist auf Bombe so der Miet kommt wohin ganz dahinter noch weiter dahinter okay da oben also da sind wir schon schon mal weg ein Teleporter aus Schrott wenn ich auf der anderen Seite als Flieger rauskomme werde ich böse ich auch na toll noch mehr Fieslinge immerhin sitzt mein Kopf auf jeden Fall komm schneller sehr gut so wir beide auf einmal umgehauen ja mach mich sofort Soll ich erst mal schön und mal alles ruhig kaputt mache, bis wir kommen, ist ja wohl logisch. So. Ja, nur Geduld. Wir kommen ja, wenn wir wollen. Gut, erst mal alles schon mal ruhig kaputt mache. Natürlich nicht, was denkst du denn? So, schneller hoch, obwohl ich jetzt doch nicht in den Stich lasse, wir retten sie schnell. Man, die muss man geduld haben. Nein. Äh, entschuldige. Ich meine, danke. Ja, sound besser. So, ich gucke, wie ich mit rein komme. Ich suche noch den Knopf, um dich behutsam runterzulassen. Oh, das war er nicht. Er hat mich mit Eiscreme gefüttert. Ich wusste es. Statzky, lass uns von hier verschwinden, bevor der Chief auftaucht. Mach's gut, Chase. Wir sehen uns. Danke, Jungs. Ich übernehme ab hier, Natalia. Und ich finde deinen Dad. Versprochen. Ich lasse nicht zu, dass sie dir wehtun. Okay. Okay. Mach keine Dummheiten. Ja, doch. Soviel da hast du. Ab jetzt aber. Okay, die hat mir heute mehr Vollgrad bestanden. Das war mir sehr gut. So, wird gespeitert. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. McCain, durch deine Nummer auf dem Schrottplatz ist es John gelungen, abzuhauen. Und das macht es nicht gerade einfach, ihn zu verhaften. Aber ich musste doch... Ach, sei still. Du wirst zu Sheriff Huckleberry in den Wald versetzt, bis sich die ganze Sache hier geklärt hat. Braucht er dort Hilfe bei einem Fall? Ha, unwahrscheinlich. Sein Bezirk hat die niedrigste Kriminalitätsrate von Lego City. Und daher will ich dich dort haben. Da kannst du nichts anstellen. Und was ist mit der Fury-Untersuchung? Ich habe meinen besten Mann auf den Fall angesetzt. Er ist der Sohn, den ich nie hatte. Und der auch kein bisschen so aussieht wie ich. Wenn überhaupt jemand den Fall lösen kann, dann er. Okay, in der nächsten Part versuche ich mich da mal hinzugehen. Also, bis dann Leute und haut rein. Ja, bis dann! Freude! Im Zil21 Let's go!